Musik Ja, Pioniergeist kommt von Sonny Glas. Alle sämtlichen Erstversteigerungen, sogar in der ganzen Welt, wurden von Sonny Glas an Bergführungen gemacht. So wirst du gestellt, wie beide Seiten das realisieren, dass das so gut funktioniert, seitdem der Gemeinde und seitdem der Gtl. Ich bin fasziniert von der Arbeit. Ich meine, der Vater hat hier gearbeitet, hat ja den Meister gemacht. Aber das sollte mit dem eigentlich nichts. 28 Jahre. Hast du dich nie gepackt und gesagt, jetzt müsse ich eine Veränderung kommen? Jetzt müsse es mal anders gehen? Ja. Da will ich ja. Da legt die ja meine Seite ein. Also wie wir von denen schon malen, malen und malen mit der Nacken. Aber auch noch ein großer Gott, um es wirklich zu sagen, ist, wir wollen es schreiben, wir wollen es machen. Ja. 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 Ja.